So, Clemens Schuber, der sollt ihr das Tempo machen von der LG NKN. Übrigens, die 600-Peter-Läufe präsentiert von Skinny von der Hauptspunkte. Und wir haben es schon gesagt, wir haben ihn ein paar Mal schon, diese Firma auch erwähnt. Ja, gut, Herr Clemens, der ist ein bisschen schnell unterwegs. Mal schauen, was das Feld macht. Da wird er geträngelt. Das ist ja auch ein Sprintrad, schon fast 600 Meter. Clemens, ein bisschen schnell, wo ist das Feld? Bei 24 Sekunden. Also, das sieht richtig zügig aus, der sollte in 23.5 angehen. Jetzt, doch, das Feld an. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Auf geht es. Mit der 511, St. Rudolf, der Zweite in den Top 6. Er ist vorn. Durchgang, 50 Sekunden. St. Rudolf aus Slowenien. Liebe Zuschauer, guck jetzt noch mal, richtig Stimmung da drüben. Er war bei der Gehändler Bayern mit ihm. Und er wird das Ding hier nach Hause laufen. Der Mittelrekord 1,25, 1,15. Passet letzte. Da kommt er jetzt nicht ganz ran am Ende. Aber eine schöne Zeit. 1,16, 53. Für den slowenischen Rekordhalter. Über 800 Meter. Und wir haben noch zwei.